Hallo Leute! Herzlich Willkommen zu einem neuen Reaction Video auf dem Kanal KELSEINCREDIBLE mit Same here. Und zusammen gucken wir uns die T-Pop Girl Group 4EVE. Genau, 4EVE hat ein neues Lied ausgebracht. Neues Musikvideo mit deren neuen Album. Und zwar mit dem Lied Bootybomb. Ich bin sehr, sehr gespannt. Oh mein Gott, 4EVE, wir mögen 4EVE, wir lieben 4EVE. Deren Lieder richtig geil, deren Tänze, Choreografien, Hammer, Musikdeokalität auch sehr hoch. Bin daher sehr gespannt, was die Bootybomb ausgemacht haben. Und genau, sollen wir anfangen? Mein Gott, I'm Hype? Ja, shake it! Go, boom, let go, haha! Ja, mein Booty-bom-bom, I'm a shaky-bom-bom. Wooh! Ja, mein Booty-bom-bom, like a bubba-gum-gum. Itty-bitty-bom, you better watch it bum-bom, like bum-bom. Wooh! Ich hab direkt die Gänse auch bekommen. Oh mein Gott! Ihre Styles. Ihre Haare, oh mein Gott, das sieht so richtig geil aus. Aber auf jeden Fall, deren Outfits und so mega gut geworden. Nice. Und die andere Location. Ich bin so ein kopf, wie ich so ein kopf, als ich besser auf ihn bin. Ich will. Ich hab das so etwas wichtig. Wie geht's das? Ich hab raus. Ich hab ihn mal oben gewểelt. Ich hab raus. Ich hab dich an, ich hab dich an. Y negative. Ich hab mich aus. Ich Cas разabschieds. Wollt du jetzt nicht so großartig? Ja, shake it! Ja, ich hab dich an. Ich hab dich einестно. Ich hab dich ein Problem. Ich hab dich nicht so gut. Warum, ich bin deres Leben in der Ostehung? Ich hab dich tanكل Fertig. Ich bin derESuffle. Alle才 trüge sich so an. Oh my god Oh my god Oh my god The darkness The house in the middle Yeah The original mental sounds Yeah, you know you like me For if it's a bullet to crack me, you can come and check Come put it, come crumble Oh, why The vocal is so good Wow It's so good It's so loud Oh, it's a background dancer Itty pretty Itty pretty And POM POM BOM POM BOM 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 BAM 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 BOM BOM Das war einfach nur hammergeil. Intensiv. Wow. Das geht echt ab. Ich will auf alles. Ja, leider. Das Album sieht richtig geil aus. Was da drin ist, wie es aussieht. Oh mein Gott, wir wollen es haben. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob die nach Deutschland liefern oder so. Auf Ebay habe ich es nicht bekommen. Auf jeden Fall, dieses Lied hat sogar Potenzial, finde ich. Kommt in die Autoliste. Potenzial bekannter zu werden, finde ich. Durch die ganzen ausländischen Zuhörer hätte es bestimmt gute Chancen. Auf jeden Fall liken wir. Richtig geil. Sind auch schon gespannt auf die anderen drei Lieder, die sie im Album haben. Schreibt gerne eure Meinung zu den Kommentaren. Was denkt ihr darüber? Wie findet ihr das Musikvideo? Und ja, vergisst nicht zu liken, falls euch das Video gefallen hat. Und vergisst nicht zu abonnieren für weitere T-Pop-Reactions auf dem Kanal. Und ja, dann sage ich auch Dankeschön fürs Zuschauen. Stay safe, stay happy, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.